Alle Zuschauer, Freunde, Vorlaube, Abonnenten, wo bleiben die Spenden? Katzenfutter wird gebraucht, Katzenstreu ist ganz arg, aber wir treffen uns heute sozusagen wieder hier am ranzigen Küchentisch zu einem mindermäßigen und minderwertigen Video, weil es einen Grund zum Feiern gibt. Dafür habe ich etwas mitgemacht. Ich habe mich gewaltig in Unkosten gescheugt und habe ein gigantisches, leider nicht polnisches Feuerwerk gekauft. Mensch, guckt euch das an und was ist der Grund zum Feiern? 1000 Abo Special und YouTube hat uns angeschrieben. Wir haben hier so ein schönes Ding bekommen, so ein Bilderarm. Leider ist es noch nicht der silberne Backen, aber ist ja auch ganz nett und das ist so eine Sonderedition mehr oder weniger nur für uns. Das hänge ich mir jetzt hier in den Flur und werde mich jeden Tag daran erfreuen. Danke übrigens. Wo ist denn der Umschlag, der hier hinten da angeklemmt hat? Sehe ich gerade. Es gibt keine Ehrlichkeit mehr auf dieser Welt. So. Hier. Es wird jetzt hier aufgerissen. So. Da haben wir hier. Ach du Scheiße. Das ist nochmal ein Schutz drüber. Nicht, dass sich hier noch jemand an dieser bombastischen Sprengleistung verletzt. Und hier unten den Heißkleber. Den hat hier irgendwie so ein unmotivierter Chinesen drüber gefummelt. Bis später. Wir geben ja nicht alles aus für unsere Zuschauer hier. So. Trommelwirbel. Dann machst du das schon. Das war's schon. Die Lampe. Oh. Wir hätten was unterliegen sollen. Eigentlich schon. Ups. Ey, das ist aber gefährlich, oder? Ja. Oi. Mein Kollege. Warum haben wir denn vorher nicht gesagt, ne? Mach mal auf Pause. Früher hat er so ne flamme hinten raus. Guck mal hier. Der Tisch ist so hin. Ne. So. Es geht weiter. Weil wir aus Sicht klug werden. Habe hier so nen alten ranzigen Katzenteller gefunden. Ah. Schon besser irgendwie. okay so das war unser bombastisches feuerwerk wo ich investiert habe und also löwen was das waren wir noch gefunden also wenn irgendwas aus gold mit dabei war da ist mein frosch ein frosch na gut was mag das nur bedeuten na gut ein rosa frosch das ist bestimmt was für frauchen na schön also ich sag mal so früher haben die keine brandspuren hinterlassen aber bei diesem mindermäßigen woherwerk die zwischendurch wenigstens nach oben bei dem anderen teil hat es leider nach unten gezeigt aber egal der tisch hat schon so einiges mitgenommen und mitgemacht das ist dann demzufolge auch nicht so schlimm lustig war es trotzdem so wir haben mächtig investiert wir müssen uns davon erstmal erholen deswegen gibt es eine absehbare zeit nichts mehr nichts desto trotz warte ich natürlich auf eure schönen spenden pakete etc mit rosa essen wäre mal nicht schlecht kameramann wo ist denn dein einstand eigentlich ist hast du das messen mitgebracht nichts zum feiern muss zum anstoßen auch nichts leute youtube millionär hat man es nicht einfach ach nee das kommt ja erst noch die leute das war wirklich schön wir haben uns angestrengt wir haben uns weil die haben uns nicht angestrengt die videos sind von mäßiger qualität dank meines mitarbeiters und der content der hier gebracht wurde ist nicht der rede wert und ich weiß gar nicht ob ich mir selber auch noch angucken täte aber scheinbar gibt es viele leute mit argelange weise und man kann die zeit auf der toilette auch nutzen zum nachdenken man muss dabei nicht mit dem handy spielen und sich diverse videos reinziehen wie schon mal in den kommentaren drin stand so jedenfalls freuen wir uns jedenfalls drüber die magischen 1000 abonnenten geschafft was ja auch nicht so selbstverständlich ist also das ist schon so kleiner ist schon gut das bildchen wird an die wand gehängt hier draußen im flur damit es auch jeder gleich sieht schön das war es eigentlich was wir hier bringen wollten tschüss freunde